Ich denke doch allein, nur du kannst es richten Holy Shit, Baby, hold up quick Ich weiß, alles hat ein Ende, aber ohne Witz Ich glaube, wir haben zwei nicht Ich glaube, wir haben zwei nicht Es geht ab, Leute, wir fahren heute nach Berlin Zu so einem Stoked-Format gegen Smoothie und OMG Also Tilo und Lex treten gegen Smoothie und OMG Und ich freue mich auf jeden Fall, die Jungs zu sehen, shoutouts auch Ich habe nur ein Problem, ich habe vergessen, die Kamera zu laden Ich habe 50% oder so, ich fühle jetzt so viel mit der Kamera Wie möglich und dann wechsle ich auf Handy, falls ich kein Akku mehr habe Ich hoffe, das wird kein Problem für euch sein Ich zeige euch, wenn wir im Bus sind oder so Wenn wir erstmal nochmal drei Stunden fahren müssen Wir sind der Bus, Alter, wir sind der Bus Wir müssen das Ding holen, Jungs, Alter Smoothie, mein Junge Smoothie, Bro Wir waren immer lieb zu dir und so Wir lieben uns auch, Bro, aber für heute, für diese eineinhalb Stunden Enemies, my Bro, Enemies We know that Oh Leute, wir sind dringestanden Ja, wir stehen drinnen Zweieinhalb Stunden Stau Achso, ja, egal Was passt zu uns Was passt zu uns Ey, was machst du da? Du Limmel, du! Pack den Limmel ein! Wir sind angekommen, Alter Der einzig wahre Lux Gibt mein Bestes, dass ich da im Team bin, der die Aufgaben nicht schafft Weil den Jungen kannst du vergessen, Alter Gleicher Spot, wie wo wir Paula Hartmann sagt, was Amazon auf Level Session gemacht haben Okay, okay, okay Wir holen die Scheiße hier jetzt, ne? Guck mal die Enemies Guckt euch die Enemies an Ey, das sind die Gegner Heute wird Thilo verlieren um 19 Uhr, ihr wisst Er hat Jungs unterschätzt, aber Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder so? Ich weiß, ja Ich bin die Vorbereitungen fort Ich muss mich nicht vorbereiten Macht einen Edit, Freunde, macht einen Edit Das ist voll Scheiße, da steht dir wohl mit weg Ich kling trotzdem meinst du? Jungs, ich will safe mit Balaclava machen, aber wir wissen nicht wie im Mikrofon Situationen, ob es eine Balaclava geht, Digga Ich glaube, das wird gecheckt jetzt Es geht ab, Freunde Wir sind hier im Backstage, am schönen Spiel, jetzt gerade 20 Minuten, also den Pre-Stream von Knossel Blues Das hier ist in der Thilsen Deines hat mir gerade gesagt, dass die Thilsen, die ja eh schon Vanille-Cream-Soda-Geschmack hat Mit Absolut-Vodka-Vanille-Geschmack Über Crazy Corn Now we finna taste it Now we have to drink it Oh, it smells good Man, it's... Wow Yes, yes Hast du Lex auch schon probiert? Nein, ich glaube nicht Offizieller Test, schnell Meine Krüchstung ist diese Vanille-Bodka Jetzt einfach wieder ein neues aufgeschmackt Sehr gut Ja, sehr gut Sehr gut Du hast was Geiles rausgebracht, Alter Hier wird die ganze Scheiße stattfinden, Junge Alles voll Dann sind die und die Jungs Hier wird schon aufgenommen Ja, Spann Hier wird umgesteckt, hier wird, ey, wo ist die verfickte Tasche von dir jetzt, komm Nein, aber ich habe das Handy gerade in der Hand, deswegen Oh, wassup, wir haben mal Wassup, wassup, man Ey, wir sind hier auf die Säge Sag ehrlich, wird knapp oder wird einfacher Sieg? Ich bin jetzt nicht die einfachsten Gegner Ja Aber wir sind noch nicht die schwersten Gegner Das ist auch kein Alkohol Nee, das ist Teere-Cream-Soda Das ist Cream-Soda Mit Alkohol Kannst du uns so gucken, Junge, Digga Hört auf, Alkohol zu nehmen, Leute Außer ihr spielt nur gegen Smoothie und OMG, dann könnt ihr euch auch raus erlauben Smoothie ist der Star heute Natürlich, ist er immer Für die sind die Leute, die behaupten, dass sie heute gewinnen Ey, die verlieren sowas von, Bro Ja, sowas von, Bro Das wird nicht mal knapp Das wird nicht mal knapp, auf Ernst Das wird nicht mal knapp Das wird nicht mal knapp Herzlich willkommen, das sind wir heute Bei der großen Show Stoked Rap Games Also, weißt du, wir machen hier erstmal eine halbe Stunde Behind the Scenes auf meinem Kanal Die Leute sollen ganz normal weiter, normal weiterarbeiten Es ist immer so, wenn es dann live ist, auf einmal sind sie alle ruhig Mach doch mal weiter, wie wenn nichts ist, los Also, Team 1, haben wir, ja, am Start OMG und Smoothie 2 bei 5 Heute mit dabei, Ladies and Gentlemen, für Furore in Magdeburg besorgt Wir haben wenigstens, wenn ich das letzte Mal getroffen habe, was ich seitdem getan habe, was ich verändert habe Für euch Tino Oh Ich bin richtig Tino Oh 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 Sieben Zeiten, ihr Typen am Start Sieben Zeilen! Dank Güte! Ja! Das war alles! Vorbei! Ey, starke Leistung! Aber jetzt rüber! Krass! Wehe tut es! Besonders Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Das hier! Was nehmen wir uns? Was ist das hier? Wir haben gewonnen! Ich bin verstanden hier! Hell yeah! Hell yeah! Die Scheiße ist zu Ende! Wir fahren zurück! Wir haben es geholt! Wir fahren zurück Leute! Lech und ich haben es hier nach Hause geholt! Danke an euch! Ohne euch in dem Chat wäre es nicht möglich gewesen! Ohne die Community! Danke an euch! Freunde! Hier haben wir gerade eben gedreht! Guck mal hier! Hier haben wir die ganze Zeit euren Chat gesehen! Hier haben wir gesehen was bei uns abging im Livestream! Hier standen wir gerade eben an den Dingern! Jetzt ist Abbauzeit! Jetzt ab nach Hause noch mal dran! Und wieder nach Hamburg City! Shoutout Stoked! Shoutout Knorrfini! Shoutout Moneymark! Shoutout Everybody! Das hast du erlebt und wir haben gewonnen! Wenn euch das Scheiße gefallen hat, dann... Nein! Kommentiert! Und... Was müssen wir noch machen?